Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Donnerstag, dem 12. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily Nummer 745 und die wird fast so kurz, wie das Intro jetzt lang war, denn nur sehr kurz. Ich möchte mich nur ganz kurz bei euch melden und mitteilen, dass es den Achim und mich noch gibt und dass es ab kommendem Montag wieder Daily geben wird. Ja, die liebe Gesundheit hat bei uns beiden ziemlich heftig zugeschlagen. Die Wörter, die bei uns aus dem Hals purzeln, die kommen und gehen, aber wir werden wieder fit und dann kommen wir auch wieder fleißiger hier in der Daily mit den ganzen Folgen für euch raus. In diesem Sinne, setzt mir nach, dass ich jetzt meine Stimme weiter schone und ja, euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Geniesst den Tag, seid ihr erfolgreich und ja, wir hören uns morgen wieder. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback von eurer Seite, Rückmeldungen etc. Und ja, bis bald. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.